Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxes und mir ist aufgefallen, dass die blöden Gamma-Einstellungen überhaupt nicht verändert werden. Ich weiß nicht woran es liegt, aber ich wollte gerade noch einen Tick heller machen und wahrscheinlich ist es schon die ganze Zeit so, dass es einfach sich nicht ändert. Passt auf, Grafik, Gamma-Wert ist auf Maximum. Ich habe es einfach mal aufs Minimum. Und wenn ich jetzt aufs Minimum stelle, sieht es genauso aus. Keine Ahnung, ich meine es ist okay, es geht ja, man sieht ja was, aber ich verstehe nicht warum sich das nicht ändern lässt. Aber mich hat es schon gewundert, dass ich in der Mitte halt diese Anzeige nicht mehr sehe. Ich lasse es einfach mal hier und werde jetzt folgendes machen und zwar System Gamma-Einstellungen übernehmen. Das mache ich mal an. Das geht zwar erst bei einem Neustart, was ich jetzt nicht machen werde, weil ich keinen Bock drauf habe, ich nehme jetzt trotzdem einfach eine Folge auf. Aber vielleicht, wenn ich dann das nächste Mal neu starte, ist es dann anders oder Gamma-G dann. Keine Ahnung. Es geht ja auch so. Ich denke, man sieht erst mal noch genug. Es ist ja auch jetzt gerade Regen. Und jetzt kommt der Kampf, wo ich sage, so ein bisschen Dark Souls-Style. Man kann ihn auf jeden Fall schaffen, aber man muss halt echt Geduld haben. Er ist ja gar nicht betäubt. Ich wollte aber auch eigentlich Art nehmen. Das ist aber gerade ein Fehler. Achso, da fällt mir gerade ein, ich könnte ja noch... Das müsste ja ein Konstrukt sein. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, was ein Konstrukt ist. Verhängten, Insekten, Verflucht, Necrophark. Oder ist es ein Relikt? Trago, Konstruktöl. Das ist doch ein Konstrukt, oder? Aber komm, komm, wir haben die Zeit. Wir gucken nach. Nicht Charaktere, sondern auch nicht Bücher, sondern auch nicht Handwerk, sondern eigentlich auch nicht. Momentan. Bestarium da. So, Geister, Befrieden, Insekts, Konstrukte, Erdgenien, Gargoyles, Golems, ja. Leider haben wir... Wir können aber gucken, ob man ein verbessertes Konstruktöl herstellen können. Öle. Verbessertes Konstruktöl. Oh, ich glaube, das könnte ich sogar herstellen. Wir müssen nur aus dem Kampf verschwinden. Dann bauen wir nämlich ein verbessertes Konstruktöl, dann spielen wir uns damit das Schwert ein und dann geht der Kampf nämlich auch schneller. Na, meditieren brauche ich eigentlich nicht. Geil, das scheint auch das einzige Öl zu sein, was wir verbessern können. Sehr geil. Brauchen wir denn da alles? Bärenfett, Konstruktöl, Moleypfeil, alles nur einmal. Krass. Kartoffel, Bovis, Piment, haben wir auch noch einmal. Geißblatt und Kreuzdorn. Sehr schön. Nice. Mach ich gerne sowas, sowas bauen und jetzt müssten wir hier, wo ist es? Hier. Verbesser das Konstruktöl. 40 Ladungen. Okay. So. 25% mehr, das sollte ja schon einiges an Schadenunterschied machen. So, wo ist es jetzt? Hä? Ich glaube, komplett in die falsche Richtung. So, jetzt komm mal her, mein liebes Konstrukt, weil... Jetzt gibt's aufs Schnäuzel! Es war immer noch relativ wenig, aber wenn wir uns überlegen, wir haben auf jeden Fall viel länger gebraucht, um das beim letzten Mal abzuziehen. Das geht schon. Wir machen viele kritische Treffer und die ziehen wir vielleicht direkt 500 ab. Das klappt immer ganz gut. Oh, 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 da müssen wir weg, da müssen wir weg. Das können wir nicht dodgen. Also das können wir nicht abwehren. Was ist am besten? Das zieht aber ganz gut ab. Ei, 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 nicht durchdrehen, aber da zieht uns gar nicht so viel ab, wenn er uns damit trifft. Das geht eigentlich noch. Das war scheiße. Aber wir haben zwei solche roten Streifen, also mindestens einmal werden wir wiederbelebt, wenn wir null Energie haben. Autsch, scheiße. Müssen wir echt aufpassen. Oh, fuck. Wenn wir den Angriff, den wir gerade gemacht haben, komplett durchziehen, dann verbraucht es auch unsere roten Adrenalin-Punkte, die uns wiederbeleben. Das ist vielleicht nicht so schlau. Also wenigstens einen sollten wir schon behalten. Scheiße, da soll mal hier aus dem hohen Zeug rauskommen. Fuck, jetzt sind wir ja auch vergiftet, sehe ich gerade. Wir müssen mal, wir müssen mal einen weißen Honig naschen. Wo war er? Das hier, ne? Ja. Jetzt haben wir auch keine Schwalbe mehr, aber den Absurd haben wir noch. Geil, das Abwehren von ihm bringt ja voll was. Wir können trotzdem mit kritischen Treffern 500 Schaden machen, wenn wir ihn da treffen, in der Abwehrhaltung. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Scheiße, Mann. Das ziehen wir einfach am meisten ab. Da verschwenden wir zwar unsere Adrenalin-Punkte, aber ich denke, wenn wir viel Energie haben, ist das okay. Weil, guck mal, jetzt haben wir echt richtig viel abgezogen. Weil ich stunte ihn halt jedes Mal. Er kann halt nicht angreifen, während ich diesen Angriff mache. Das ist halt das Gute. Ja, haben wir da auch noch eine gute Ecke, finde ich. Wobei, jetzt sehe ich nichts mehr. Ja, den Angriff hätte ich schon viel öfters so häufig bei ihm anwenden sollen. Guck mal, wie schnell das geht. Jetzt rennt er weg, weil er außerhalb seines Bereiches ist. Weg, weg, weg. Wieder weg, jetzt rennt er wieder nach Hause. Das ist natürlich auch geil, dass er jedes Mal wieder dahinläuft und in sich weiter angreift. Dann können wir nämlich die Zeit nutzen und unsere Adrenalin wieder auffüllen lassen. Na, komm. Die Angriffe sind halt ein bisschen schwächer. Also, wenn wir hier bei diesem Wirbelangriff treffen mit einem Schwertstreich, dann zieht es halt ein bisschen weniger ab als bei einem normalen Angriff. Aber es geht halt viel schneller. Scheiße, jetzt hätte ich wegrennen müssen. Aber wir haben einen Adrenalinpunkt, den dürfen wir jetzt nicht verlieren. Weil dafür haben wir nicht mehr genügend Energie. Wir machen also erstmal normale Angriffe. Hat ja auch nicht mehr so viel Energie. Ja, wieder dumm von mir. Aber wie gesagt, jetzt werden wir auf jeden Fall wiederbelebt, werden wir jetzt sterben. Jetzt wurden wir wiederbelebt. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich dachte eigentlich, dass wir einen Adrenalinpunkt jetzt mal investieren können. Da bleibt mich geirrt. Scheiße. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Ich hätte keinen Bock jetzt nochmal zu sterben. Jetzt haben wir ihn echt fast platt. Scheiße, scheiße. Warum hat denn das Ding nicht gestunnt? Fuck, jetzt müssen wir aber echt aufpassen. Ich weiß nicht, ob der mich jetzt nochmal heilt. Ich habe zwar wieder einen Adrenalinpunkt, aber ich weiß halt nicht, ob das nur einmal pro Kampf funktioniert. Oder ob das... Oder ob das halt immer wieder klappt, sobald man einen Punkt hat. Das weiß ich leider gerade nicht. Deswegen machen wir jetzt mal vorsichtig. Nicht durchdrehen, nicht durchdrehen. Fuck, wenn ich nur wüsste, ob... So, haben wir da erst mal wieder ein bisschen Schaden gemacht. Wir heilen aber halt auch einfach nicht. Haben nichts zum Heilen, ist ein bisschen blöd. Kampf auf Messerschneide, meine Freunde. Scheiße, der Bauer... Der Fels hat ihn geschützt. Okay, jetzt haben wir ihn gleich. Come on. Weg, 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 weg. Da war mir immer am meisten Angst. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man wegspringt, dann trifft er einen trotzdem noch. Komm on, gleich haben wir dich. Hey, wenn ich jetzt sterbe, drehe ich durch. Wir müssen dann nachher auf jeden Fall erstmal meditieren, um... ...wieder unsere Tränke aufzufüllen. Nein! Oh, scheiße! Fuck! Wir hatten ihn fast! Oh, nein! Oh, wie konnte das denn passieren? Das habe ich halt gemeint. Manchmal springt man weg und dann trifft er ihn halt trotzdem. Fuck! Oh, wir hatten ihn noch fast. Oh, das dauert so lang. Scheiße, Mann! Scheiße! Oh, fuck! Ich weiß nicht, ob ich hätte aus dem Kampf wegrennen können, speichern können, ob das geklappt hätte. Also, ob ich dann quasi... Oder ob er, wenn ich lade, wieder volle Energie hat, das weiß ich auch nicht. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit gewesen. Einfach dann mal rausgehen aus dem Kampf, speichern. Und eventuell lädt das dann halt so, dass man... Oh, scheiße! Jetzt muss ich die Kacke nochmal machen! Fuck! Halt, wieder das Öl nehmen. Achso, ja, das müssen wir jetzt erstmal... ...wieder bauen! Wir sind im Kampf, oder was? Geh raus aus dem Kampf! Er ist immer noch im Kampf, oh! Ich renne da aber auch überall irgendwas rum! Verfolgen mich, glaube ich, Hunde. Oder Bölfe, oder so. Oh, ey, das ärgert mich, Alter. Das hat so viel Zeit gekostet wieder. Fuck, ich werde wieder 100 Folgen produzieren, wenn ich so weitermache. Meine Fresse, fuck! Das ärgert mich. Vor allem, je öfters man macht, desto weniger Geduld bringt man ja logischerweise mit. Komm her, Mann! Wir haben echt viele Angriffe gerade drinne gehabt, und es ist halt echt... ...wenig abgezogen. Ja, jetzt hat er mich auch wieder getroffen. Scheiße! Ich sag ja mal, wird einfach ungeduldiger. Ich sollte erst mal woanders hingehen und den Kampf später weg. Also, ich werde jetzt den einen Kampf ja noch machen, aber dann sollte ich vielleicht... ...wenn ich es wieder nicht schaffe, erst mal was anderes machen. Ah, schon wieder Adrenalin-Bunkerbrauch. Naja, wisst du was, ich habe gerade keinen Bock hier auf den Kampf. Lad nochmal, mach erst mal was anderes. Wir gehen da später nochmal hin. Ich meine, das ist ja eigentlich easy machbar. Also, wir wissen ja, das ist ein Gegner, den ich schaffen kann, aber... Ich gehe da später nochmal hin. Ich habe jetzt gerade keine Ambition, meine ganze Zeit damit zu verschwenden, den Platz zu machen. Um Dark Souls mäßig eine Stunde für so einen Gegner zu brauchen. Fuck, wir hatten ihn fast! Wir hatten ihn fast! Och, Mann, das ärgert mich. Egal, ich soll ja nicht zu langweilig werden. Wir gehen jetzt erst mal um anders hin. Das ist aber echt krass, wie schwer die Kämpfer am Anfang sind, ne? Könnte eigentlich mal schauen, ob man sich eine bessere Waffe oder sowas bauen kann. Das habe ich ja sonst nie genutzt, weil... Na, wobei, ne, ich will ja eigentlich auch gar nicht, dass es jetzt wieder super einfach wird. Ich genieße jetzt die Zeit, in der... In der das schwieriger ist und bumm, so aus Nikolaus. So, hier war auf jeden Fall ein Nebenquest. Die Fragezeichen wollen wir uns eh noch nicht machen, deswegen gehen wir jetzt erstmal hier hin. Jetzt weiter ein Schritt, komm, das rennen wir einfach. Ja. Gehen wir erstmal zu dem Nebenquest. Vielleicht geht er dann auch erstmal zum Hauptquest, weil ich will eigentlich mal wissen, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Na, ich gucke dann erst nochmal... Was am nächsten, als nächstes dran ist. Das ist, glaube ich, gar nicht das Hauptquest. Mal schauen. Ach, geil. Mir fällt gerade auf, dass es in meinem Aufnahmeprogramm endlich ein 60 FPS aufzeichnet. Ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt plötzlich macht, aber... Freut mich. Okay, wahrscheinlich müssen wir die Gule platt machen. 32er Gule, ich glaube, das ist machbar. Endlich machen wir mal gut Schaden hier. So, das war kein Stress. Aber das wird es nicht gewesen sein. Wahrscheinlich wieder eine Siedlung, die wir... ...befreien müssen. Noch einer. Noch einer. Äh? Ah, der heilt sich schon. Macht aber nichts, weil... Solange es nicht so ein komisches Ding ist, was hier die Stachel hinten drauf hat, bekommen wir keinen Schaden. Die wir den Stachel hinten drauf, die werfen Schaden zurück. Das ist immer scheiße. Ja, komm ich hier mal hier hoch, oder? Oh, er ist eingefroren, oder verlangsamt zumindest. Oh, er hat jetzt auch gut Schaden gemacht. Gehen wir mal in die Schwalbe. Ach stimmt, das ist ja gar kein besonderer Ort, sondern einfach nur ein Nebenquest. Was muss ich denn hier nochmal machen? Ja, ich muss mit Hexers sehen hier die Sachen. Ich weiß gar nicht, wer das der Auftrag war von dem Quest, aber egal. Schauen wir mal, aber es scheint, es scheint in die andere Richtung zu gehen. Ach ja, stimmt, mal wieder ein paar Sachen einsammeln. Wasserflasche zum Beispiel, damit wir auch wieder ein bisschen Nahrung haben. Zwergen, das ist nicht so wichtig. Okay. Haarschleierlinge, altes irgendwas für. Toll, die Sachen brauche ich eigentlich nicht, die ich verkaufen kann, weil ich habe so viel Schrott noch an meinem Inventar, das ich verkaufen kann. So, hier ist der Geruch. Fängt er jetzt hier an, oder geht er in die Richtung? Ich glaube, er geht in die Richtung. Oder fängt er jetzt hier an? Hat er hier angefangen? Nee, ich glaube, er hat hier angefangen. Hä? Ist ich jetzt hier rein, oder? War ich hier nicht schon drin? Aber ich sehe ja hier auch nichts anderes. Momente mal, wir gehen mal in die Richtung. Es sind hier auch noch Monster da drüben. Was ist noch ein Ghoul? Da bist du hässlich. Oh ja. So. Wo geht's weiter, Freunde? Hier ist irgendwas? Ich kann euch mal eine Fackel anmachen. Das ist der Dunkel. Ah. Richtner. Die haben Fistech gekocht. Fast die ganze Ausrüstung ist weg. Nur nicht die kaputte. Zahnrübe, Geistblatt. Offenes Fenster. Stiefelabdruck auf dem Bett. Da hatte es jemand eilig. Und ein Brief. Das ist wohl wahr. Gefährliche Branche. Narkotika. Cloubert, Freund, du musst deine Augen offen halten. Jemand interessiert sich für deine Arbeit. Sie wollen dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. Wenn ich du wäre, würde ich meine Sachen packen und mir irgendwo in weiter Ferne ein Versteck suchen. In Serikanien zum Beispiel. Rotrich. So ist der Typ wohl gar nicht gestorben, oder was? Betritt die Kanalisation von Ochsenfurt. Hä? Ich muss wohl doch mal das Quest verfolgen. Aber erst mal hier einen Cut, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Wird man euch loben. Euer Paxes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ich will auch gar nicht speichern.